hi leute und herzlich willkommen ich hoffe es geht euch gut und es gibt mal wieder eine spc dies zu lösen gilt und wir lösen die einmalig abschließbare foot freeze wundertüte ja einmalig leider nur aber sicherlich für euch zum guten denn sonst würdet ihr sie unzählige male abschließen also wenn ihr wollt schließt sie einmal ab ich zeige euch die günstigste lösung und wir machen ja die auch für mich einmal auf denn ich habe hier ein paar anschauen im verein die ich loswerden möchte und deswegen nutze ich das ganze um diese ja diese spc als kleines peck experiment aufzunehmen und ja einfach euch zu zeigen mitzugeben vielleicht sicher was gutes ihr freut euch mit oder oder auch nicht ja danke dafür auf jeden fall wir starten mal rein und was ist eigentlich dieses foot freeze wundertüte wir bekommen hier einen spieler aus einem damaligen event otw rule breaker road to the final team of the group stage oder das aktuelle sogar noch foot freeze also dem bähle könnten wir jetzt auch noch ziehen aber zum beispiel auch ein record breaker mbappé oder van dijk und unzählige kandidaten also sind bestimmt tausende spieler die beziehen könnten und deswegen gehen wir mal rein was bezahlen wir dafür ja so circa 70.000 coins gibt natürlich auch bestimmt auch lösungen die jetzt sagen 60.000 coins aber man muss immer bedenken wenn das kurz nach release veröffentlicht worden ist die spieler die dort beinhaltet sind sind natürlich schon stark gestiegen deswegen ich zeige euch jetzt die günstigste lösung die es zum aktuellen zeitpunkt gibt und wahrscheinlich auch erstmal so bleiben wird circa 70.000 nehmen wir dafür in die hand wenn ihr alles nachkaufen möchtet und so sieht die spc aus wenn ich dann reinkomme so wir benötigen hier einen team of the week spieler eine team gesamtbewertung von 84 eine team chemie von 50 und natürlich elf spieler unten seht ihr weitere kandidaten das sind aber alles spieler hier untauschbar untauschbar die ich einfach mal loswerden möchte ich brauche sie nicht habe sie nicht gekauft ich habe sie irgendwann mal gezogen ich glaube vielleicht höchstens den telles könnte ich mal gekauft haben wir auch nicht ist auch ein android das heißt ich mache meinen verein leer ich bezahle nichts nada wenn ihr das jetzt eins zu eins nach kaufen wollt könnt ihr euch auf jeden fall nach dieser lösung orientieren die im screens im dreamsquad nachgebildet ist und wir gehen einfach mal der reihe nach durch ihr könnt dann das video an der jeweiligen stelle pausieren und euch die spieler vom transfermarkt erst wir können dieses team wie gesagt 1 zu 1 nachkaufen der bild dafür keine extra loyalität ihr seht schon 53 habe ich erreicht und auch kein positionswechsel habe ich hier nicht vor geführt oder beziehungsweise erledigt ist auch mit dreamsquad karten nicht möglich ansonsten legen wir los let's go da 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 und damit sollten wir auch diese spc gelöst haben genau den letzten den isco den braucht ihr nicht dass es einer von meinen die ich jetzt gleich hier für diese spc opfern werde ihr könnt dann wie gesagt dieses team hier einfach nachkaufen wenn ihr keine spieler im verein habt ihr dafür opfern möchtet ich wie gesagt habe hier ein paar 83 aber auch in 82 87 natürlich könnte ein bisschen könnte das team was wert sein aber es liegt ja nur im verein und ist halt ungenutzt das heißt für solche spcs kann man die gerne da kann man sollte man auch opfern wenn man sie nicht spielt zum beispiel alaba ist sicherlich auch eine spielbare karte aber benötigt hier nicht ist untauschbar und setzt sich ein gut dann mache ich hier mal kurzen prozess ich füge die alle mal hinzu es geht sicherlich auch irgendwie einfacher aber machen das einmal so haben wir die zeit über zehn minuten sollten wir nicht kommen das heißt von nerviger werbung werdet ihr auf jeden fall verschont bleiben und dann haben wir alle eingefügt und dann kann ich das abgeben es könnte dieses team nicht eins zu eins nachbauen jeder spieler der antritt ist bekommt automatisch ein loyalitäts bonus und ja ist in diesem fall also bei meinem team die blau abgebildeten und spieler unten könnt ihr natürlich so kaufen aber meine spieler ähm sind so nicht nachkaufbar weil das halt alles antritt sind schade um den maturity der hatten schönen bonus noch drauf den habe ich mal irgendwann man shadow gegeben ja habe ich mal mitgespielt gab glaube ich aufgaben äh freue ich jetzt aber nicht nach denn ich gebe das ab und erhoffe mir natürlich etwas gutes und somit haben wir diese spc einmal für mich abgeschlossen und ich hoffe ihr auch und ich drücke euch die daumen dass ihr was gutes ziehen werdet und für mich ja ich drücke mir jetzt auch erstmal selber die daumen aber vielleicht seid ihr auch gespannt was ich ziehen werde und ich würde mich natürlich freuen wenn ihr mir da auch die die daumen drückt also rein da also kann alles dabei sein wirklich es kann abschaubend sein von weiß ich 30k spielern aber natürlich auch die ganz ganz großen jackpots die auf dem pc vielleicht ja die ich mir nie bezahlen könnte auch wenn ich zwei millionen auf der uhr habe aber es gibt spieler die ich mir tatsächlich nie kaufen könnte und legen wir los let's go ist schon mal ein walkout das ist gut ich weiß jetzt aber nicht was kommt ist ein free spieler argentinien rf ich bin nicht dabei ich bin nicht dabei martin es ja kommte angebatschelt im pinguin style ich glaube es gibt auf jeden fall spieler die viel viel weniger wert wir sein könnten ist auf jeden fall eine karte die man die man sich auf jeden fall mal ins team einbauen könnte man testen kann bin ich jetzt nicht ganz so unzufrieden mit aber wir schauen mal auf den preis und das ist meiner spezielle bewegung vier sterne schwacher fuß vier sterne ist auf jeden fall eine super spielbare karte hat ein bisschen wenig ausdauer muss ich sagen und power kopf bei bringt auch noch mit aber was kostet der gute denn ja also es gibt hier ein paar kärtchen auf dem transfermarkt auf dem pc nicht so viele aber wir haben hier einen wert von ca 390.000 coins und dafür dass ich hier gar nichts bezahlt habe es gibt sicherlich mal aufgaben die man mit dem machen kann oder vielleicht teste ich ihn einfach mal sicherlich eine gute karte ich gucke mal was da so auf den konsolen kostet 375 auf der playstation das ist ein ordentlicher wertzuwachs meines meines kaders würde ich sagen freue ich mich auf jeden fall kein so schlechter pick ich hoffe ihr habt ähnlich gut gezogen oder besser und ja falls euch mein lösungsweg gefallen hat würde ich mich auf jeden fall sehr über einen daumen nach oben freuen und falls ihr zukünftige spcs nicht verpassen möchtet damit unterstützt ihr mich motiviert ihr mich würde ich mich natürlich freuen falls ihr einfach auf den abonnieren button drückt oder einfach mich abonniert um zukünftige spcs halt wie gesagt nicht zu verpassen und in diesem sinne habt einen schönen tag und jetzt habe ich den fahren verloren ich sage ja immer noch reingehauen wieder schauen püß wilde wildes ding jetzt noch die baller nein nicht die baller den hole ich denn kommentiert mal kommentiert bitte ja 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 ja